2 ist auf dem Baumstil, wir können noch drauf. Was braucht man aber für ein Stickbag? Ja, 3 Hasenfell, 3 Seile und ein Cloth. Ich hab das alles dafür, ich kann dir das geben. Also ich kann dir 3 Seile geben. Mach ich mir selber schon. Teamarbeit. Warte, ich schiebe das in die richtige Richtung. Zwei Cloth drauf und die anderen 2 nehme ich da mit. Ich nehm die anderen beiden. Okay. Oh, ich hab kein Hasenfell mehr. Ich hab grad einen Köcher gemacht. Wie viel Hasenfell brauchst du? Drei. Oh, ich hab grad aus 3 Hasenfell und ein Dings, hab ich grad einen Köcher gebaut. Profi. Du hast gesagt 3 Hasenfell da? Drei Hasenfell genommen. Drei Hasenfell genommen. Und dann hab ich... Für das Bett brauchen wir, äh... Oh, scheiße. Hast du schon fertig das Bett oder was? Ne, halt abgerissen. Na gut. Wir sind voll. Komm zu euch nach Hause. Äh... Drei Rabbit Furs. Ich hab schon eins. Wie stolpert man denn das Boot? Geben wir mal einen Ruder und ich einen Ruder und dann... Einfach mal nicht schmacher. Ich bin jetzt am Ruder, ja. Ich mach nichts. Ja, warte. Ich hab Angst, Alter. Ich bin hier an 1. Links klick, links klick. Links. 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 Und jetzt bauen. Wieso seid ihr einfach ohne mich abgehauen? Weil jetzt hab ich die Eingeborene. Eingeborene? Sind die Eingeborenen? Ja. Sechs Stück vielleicht, oder? Ne, fünf? Ne, sechs Stück hab ich hier. Ja, echt, ey. Ich... Am Outer hier, ey. Wir müssen echt nur drauf aufpassen, dass wir gleich das Boot nicht drin haben. Ah ja. Schön. Oh, ich glaube Christian ist da. Ich hab die Einwohner gehört. Ja. Ich dachte mir schon, ne, gegen sechs Stück kämpfst du nicht. Ach, das ist ne sechs Stück? Ja! Oh, ich hör' ich hier auf. Hey, was? Und jetzt? Ja, erzähl' mir jetzt nochmal. Den selben, sagen wir mal. Den selben, sagen wir mal. Nächste Ladung, dann haben wir's. Eins, Ruder, Mario. Ah, ja. Können wir nicht hier nochmal ein Lagerfeuer bauen, aber ich brauch was zu essen, ne. Ja, wir haben am Strand ja. Ja, das ist weg, ne. Glaub ich. Ich seh's zumindest nicht mehr. Und zweitens, da sind viele Eingeborenen. Ah, die töten wir einfach. Und drittens, ich mach' mir jetzt grad'n Lagerfeuer. Ja, das ist okay. Oh. Ja. Ist doch ein Lagerfeuer gewesen, oder? Ja, das ist da vorne rechts. Hier war das. Ja, hier ist ja noch eins. Wo denn? Ah, da. Hier. Ich hab's nicht gesehen. Ich fahr abgelenkt durch die ganzen Eingeborenen. Die hier rumlaufen. Ich geh' meinen töten, ich brauch' Essen. Wo seid ihr denn? Ja, komm her, du Pussy. Ja, hör auf rum zu. Ja, hi. Wenn der? Ah! Aua! Ah! Ah! Fuck! Leute! Ja, super. Hast du gut gemacht, Chris. Wir brauchen... Ich brauch' mal deine Unterschützung. Mach' mal Essen! Ah, ich bin so ein guter Kämpfer. Lecker! Nein! Geh mal ab. Reviven! Reviven! Jetzt hab' ich den ganzen Pfeifen drin. Komm schon! Okay. Okay, okay. Okay, okay. Au, au, au. Okay, okay. Okay, okay! Ich hab' verstanden, ihr seid sauer! Oh, ich bin echt klar. Hi! Hey! Oh! Wir sind denn hier, halt? Ah! Ei! Au! Braus lieben! Braus lieben! Äh, Chris, ich bedehle mich bei deinem Essen, ne? Ich brauch' auch was zu essen! Ja, ich hab' dir eintrücklich gelassen. So. Christian, hier steckt ein Pfeil noch drin. Und du den jetzt noch rausnehmen kannst. Ich hoffe. Ja, super. Oh, danke. Junge, ich boxe ihn, aber er boxe mich während ich Spielboxer auch, Alter. Ich brauch' wieder nämlich Weife, Jungs. Du hast Essen drauf liegen, Chris? Ja, ja, da hast' Essen. Okay. Es ist toll, es ist toll, es ist toll. Ja, war schon für das. Ich hol' mal Mastermunk. Hi! Hi. Ey, du legst dich doch absichtlich für die da hier nimmer. Ja, ja. Also, ich seh' noch, du brauchst grad'n geschrieben noch. Bestimmt, dass du während des Chattens, äh, wurdest umgebracht. Ja. Und du hast noch was zu essen, Mario? Ja, ich hab' schon. Okay, machst du, brauchst du noch was zu essen? Ja. Da kannst du irgendwie zwei mehr essen. Nein, das kann nicht mehr voll heilen. Ich brauch' demnächst wieder closed, ich hab' komm' noch, ich hab' nur noch 35 closed. Ja, ich hab' auch noch, ich hab' drei. Ja, ich hab' nur 35, äh. Ja. Ich brauch' eins. Also, wenn wir bei der Holzahme gehen, Jungs, los geht's. Bin dabei. Ist ja viel geiler, wenn man Waldrodung betreiben könnte. Ohhhh, kann man diese Eingroner weggehen, Alter. Aus dem Grund bauen wir auf dem Wasser. Ah, ja, also. So, Enden, wieder voll armor. Ah, nein. Ich hab' gesagt, ich bin voll armor-bomb. Ich hab' eigentlich noch... Was sind wir, haben wir noch, was? Äh, haben wir noch die Schilddaten zu machen. Achso. Ihr habt da ab und zu noch was abgerissen. Das war's schon mal. Nö. Doch, du hast doch schon mal ein Lockdown. Ja, einmal. Wer verpisst euch? Ich hab keinen Bock jetzt auf euch. Ihr Dumme. Hä, hä, hä. Die schon aus oder der kleine Weg auf dem Rücken haben. Ja. Headshot. Na, 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 na. Ja, ne, ne, ne. Oh, man, ich brauche wie das Dick, eh. Man, warum geht das voll wieder aus? Man, ich erfriere es eigentlich. Warum kommt ich hier eigentlich nicht? Der war der Pupp gespielt. Ich, äh, ich, äh, friere. Ich brauche Sticks. Ah, ich friere auch gerade. Macht da Knochenkleidung, hilft dir dagegen? Nein, äh, hilft nur, ähm, Refail. Aber ich glaube, das bringt halt einfach nur Wärme. Und nicht, ähm, Ihr Ding ist, äh, kurz. Hi, geil, ich hab kurz. Ich glaube allerdings, dass du Refail nur tragen kannst, ähm, und dann keine Rüstung drüber, oder? Genau. Ich glaube, du kannst es nur für ein Verscheiden. Ich finde, dass dieses Rüstungssystem echt buggy hier. Es wäre echt cooler, wenn, äh, das ist wie bei Minecraft, der das quasi, äh, du, äh, das du ständig auch siehst, wie viel du, äh, was, lass mal für, lass mal für Rüstung draufhören. Oh, ich brenne. Alter, ich stehe im Wasser? Nein, erst wenn ich da im Wasser schwimme, dann brenne ich nicht mehr. Oh, ich verliere dich. Ah, der Maul, du mal Hexer. Der ist wirklich nicht, was du von mir will. Machen wir jetzt mal so. Gucken wir mal, das hilft mir. Ja. Ja. Ich gehe mich kurz am Feuer aus. Das hilft nicht wirklich. Ich brauche, ich habe Hotlust. Ja. Geh doch, geh doch zum Fluch. Links von der ersten See. Geh doch da hin. Ja, aber wenn... Einfach dann E-Spap. Ich bin tot. Was? Einfach E-Spap. Ich bin gleich tot. Ja, hinten dann einfach E-Spap. Das bringt bei mir gar nix. Das bringt bei mir gar nix. Ja, ich konnte eben trinken. Einmal hinhocken, irgendwie. Das bringt nix. Ja, hinhocken, dann sag das doch früher. Also mir ging es halt echt eben. Ja. Jetzt würde ich mich hinhocken, hätte ich mir früher sagen können. Ah, mich hinhocken, wie geht's? Sehr gut. So, auch manchmal wieder Sticks. Ah, ich hasse, hasse, hasse. Hey, ich muss auf einmal die Musik einmachen, Alter. Ich... Mittlerweile kommt echt nur Scheiße. Was für Musik machst du anderen? Andere Musik. Bei der ich mich nicht höre. Was hörst du? Jetzt höre ich gerade Deutschrap. Du Ärmster. Darf ich singen? Nee, lass mal besser. Nein. Aber schade. Das ist ne echt ernst gemeinte Frage? Ja! Ob du das Leben hast? Nein! Kann doch gut singen. Nein! Doch. Ihr schätzt einfach meine Stimme nicht wert. Du schätzt anscheinend unsere Ohren nicht wert. Nö. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe schon wieder eingebrochen. Puh. Aber Fett schreit mir. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen zu. Ich hab zu sehen, in letzter Zeit zu viel. Die fangen nicht ab. Ooooooh. Michi ist ein richtiger Held. Weißt du? Michi schreibt mir so, Kartoffelsalat! Nehmt ihr noch auf? Vor allem wie du mir schreibt in den Kartoffelsalat. Okay. Ich mag das. Einfach nichts da aus Kartoffelsalat. Okay Michi. Ja, Kartoffelsalat. Michi schreibt mir manchmal irgendwas auf Spanisch. Was? Ja, so ganz komische Sachen. Und dann irgendeine Frage dahinter. Das ist manchmal echt strange. Wir bauen vielleicht noch drei Wagen. Ey, irgendwann komme ich einmal zu eurem Treffen nach Köln. Ich habe ein Repair-Tool gebaut. Aber ist halt voll kacke, dass ihr das nächste Mal irgendwie in Hamburg macht. Da kann ich nämlich nicht mitkommen. Wieso nicht? Ja, wie soll ich in Hamburg kommen? Wir bauen nur noch 20 Sticks. Äh, 20 Baumstämme. Ich bin noch nicht in mir 18, Chris. Wieso? Ich bin 17. Ja, aber wieso? Man macht es so Spaß, schon zu 17. Ne, aber ich... Wie soll ich in Hamburg kommen, wenn ich noch mehr 18 bin? Wo ist das Problem? Witzboils. Ne, jetzt im Ernst? Ja, weiß ich nicht. Du darfst nur mit 17 alleine Urlaub machen. Ja, das ist ja schon, ja. Oh, da willst du da irgendwie in bestimmte Lokale rein? Ähm, bitte? Bitte? Ne, ne, ich finde eigentlich... Ich glaube, irgendwann kommen wir euch mal für einen Tag in Köln besuchen. Irgendwann. Ja, ist der Tag. Ja, warum denn nicht? Kann irgendwie auch, der Tag reicht doch. Ich meine, da komme ich mit dem Zug morgens oder mittags hin und abends haben wir ab. Oder haue ich ab. Ne, was? Nein, ich meinte, es wird Tag. Hier. Ingame. Achso. So, ich habe ein Reparatur, aber... Ja, ich meine, ihr müsst euch ja... Ihr müsst euch ja mal das geile Gesicht hinter der geilen Stimme erkennen lassen. Aus welcher Gegend glaubst du denn? Aachen. Aachen. Eigentlich wollte ich... Das ist doch nicht mal so weit weg. Eigentlich wollten Michi und ich gerne mal nach Aachen und Stefan besuchen. Ja, der könnte mich ja auch da sehen. Haben wir schon die ganze Zeit nicht gemacht. Ja, dann kommt doch mal her. Dann machen wir schon irgendwas. Ja, wir haben Angst vor dir. Ja, ich weiß. Wollen wir mit krassen Bizeps, ne? Nein. Was? Äh, bitte? Nein, nein, nein. Okay, Mario mit deiner... Mit deiner tun wir glaube ich fast voll. Ja, wir brauchen insgesamt 20, äh... Holzstimme. Nein, wir brauchen noch... 1... Was war vor deiner Ladung? 4... 4.7... 11 brauchen wir. 8 hab ich. Ich geh nochmal auf die Jagd. Also mit dem brauchen hab ich's. Ja, bring Kaninchen vielleicht mit. Kaninchen vielleicht kriegst's. Ja, vor allem mit Kaninchen Fell. Das ist das Wichtigste. Ja, ganz viele. Ja, ich kann immer 3 Fälle mitnehmen. Ja, bring mit. Ja, ich suche ja erstmal... Ja, bring mit! Ja, die gibt's ja einfach so. Weißt du, die Kaninchen schmeißen sich mir schon entgegen. Ja, du sollst aber zum Supermarkt gehen, Kaninchen verkaufen und fertig. Ehrlich so. Was ist denn daran so schwer, Chris? Die Preise sind teuer, okay? Ich zahl auch nix dafür. Dein ganzes Geld hab ich schon in Feuer geschmissen. Und bring Münzen mit, falls du welche findest. Ähm... Ich bring mal ein paar Besucher mit. Mario... Wie oft muss ich dir noch sagen? Wenn ich nachts zu Hause bringe, bringst du damit keine Besucher mit. Ey, Jürgen, es riecht viele! Komm Mario, schnell aufs Boot! Ah! Ich will nicht! Oh Gott! Mario, komm! Ah! Ey, ich bin... Ich laufe jetzt nicht gleich nochmal zurück, um euch wieder zu heilen. Nein! Wir laden jetzt nur noch hier das Boot vor. Und hauen ab hier! Ja! Genau! Okay, ich glaub ich sind voll jetzt. Eins noch, eins noch! Ja, da liegt noch einer! Perfekt geteilt, Mario! Hab ihn! Ich dreh schon mal! Äh... Bis zum Ruder! Und linksklick! Ähm... Mir fällt gerade auf. Ja? Eventuell reichen es ja... Müssen wir noch mal fahren. Weil der eine Lockding ist ja verpackt. Ja, wir müssen noch mal fahren. Okay, ich bleib stehen. Jo. Dürfte eventuell sogar schon reichen. Oh! Ne, ne, reicht nicht. Wir machen maximal 49. Nein, ich meine mit der, äh... Zum Bauen. So, ja. Die Entfernung. Nein! Hey! Was ist das denn? Ich bin abgestürzt. Ähm... Der Boot ist bugged. Ähm... Was hast du gemacht, Mario? Ich bin nur ins Wasser gefallen. So, ist wieder okay. Ja, weil ich es gerettet habe. Wenn du ins Wasser... Pass auf! Wenn du eh drückst am Bootrand, pushst du das. Oh. Okay. Da musst du aufpassen. Hä? Ich kann die Rad nicht bauen. Hallo, nein! Nein, ei! Ah... Alter, jetzt bin ich auch runter. Jede Seite kommt es zu hoch. Hä, ich habe jetzt Twin Berries gefunden! Was denn neue Twin Berries, ey? Ich bin echt froh, weil diese Plattform wie steht, wa? Jaaa Guck mal, wir haben schon den Boden, Mario Ja Könntest du reichen, das Holz? Glaub ich nicht Nee, reicht schon, glaub ich, ne reicht nicht Gut, knapp Oder doch, es reicht Ja Eins nach Mario Juhuuu Jaaaa Also die Plattform ist irgendwie klein, ne? Schon, wahr? Und da fahren wir so viel Gefahr Oh Gott Aber Leute, ich habe jetzt dreimal Kandinchenfell Ja, sehr schön Warte, ich reiß mal das Bett Und jetzt kann ich nicht drauflassen eigentlich Kannst du mal auf die andere Seite fahren? Willst du jetzt echt das Bett abreißen? Nein, nein, nein Also ich baue, soll ich ein Wettner bauen, Mario? Nein, fahr mal mit dem Boot auf die andere Seite Wir brauchen, ich brauche dich dafür auch Das geht nur zu zweit Okay, äh, warte Okay, ans Ruder Moment, so Ja Linksklick Okay, loslassen Und Linksklick Loslassen Noch ein bisschen weiter Noch ein bisschen weiter Okay, stopp, das müsste reichen Das müsste reichen So Ah, ich bedrück mal den falschen Knopf Willst du dich noch größer machen, die Plattform oder was? Ja Hä, es reicht doch, wa? Nee Doch Was willst du da aufbauen? Das ist ein Mini-Haus dann Ja, ein bisschen scheiße Wenn du heute die Plattform schon wird etwas vergrößern, oder? Dass wir Ja Wir sind immer in drei Leute, ne? Und Ich teile nicht gerne mit meinem Platz Ja Es ist mir schon klar, dass du Hast du so ein Arschloch bist, da habe ich mich schon von vornherein klar Naja Du weißt was, ich benutze das Hasenfeld auch für mich Drei Robes braucht man, ne? Ich weiß doch, ob wir so viele Logs brauchen, weil das Ding so tief ist Ja klar Ja, dann mach mal fertig Geh mal mit der Ruhe, ich muss erst mal gucken, dass ich hier Das richtig anpasse Und Die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020